Für unseren Kunden, das Fraunhofer-Institut für chemische Technologie in Finstertal bei Karlsruhe, haben wir ein ganzheitliches Energieprojekt realisiert. Hierfür wurden auf insgesamt drei Dachflächen sowie einer Freifläche PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von insgesamt 690 Kilowatt Peak neu installiert. Die Besonderheit bei dieser Energielösung ist, dass die PV-Anlagen dabei nicht mit einem eigenen Wechselrichter ausgestattet sind, sondern über das vorhandene Windrad an das Campusnetz angeschlossen werden. Die Energielösung sieht dabei vor, dass die PV-Anlagen mit einem vorhandenen Batteriespeicher und der Windstromanlage gleichstromseitig verbunden sind und so verlustarm Energie austauschen können. Sie speisen den Strom dann über einen gemeinsamen Wechselrichter ins Campusnetz ein. Hierbei handelt es sich um eine innovative und technisch sehr anspruchsvolle neuartige Energielösung, die eine Anlagenkombination von Wind- und Solarenergie inklusive Batteriespeicher aufweist. Diese Lösung ist bis heute einzigartig in Europa, worauf wir sehr stolz sind. Wir sind bemüht, sowohl in unserer Forschungsausrichtung als auch in der Praxis auf unserem Campus klimafreundlicher zu werden. Schlussfolgernd ist dieses Projekt gemeinsam mit dem Team der BAIWA RE und der Umsetzung dieser ganzheitlichen Energielösung ein sinnvoller Schritt in Richtung unserer Nachhaltigkeitsziele. Amt stellt Stringoptimizer für Photovoltaiksysteme her. Die Stringoptimizer sind DC-DC-Converter, die sicherstellen, dass dieses Projekt einfach in das bestehende WC-Netz integriert werden kann. Durch das individuelle Strang-MPP-Tracking ermöglichen wir erst den maximalen Energieertrag aus der Photovoltaikanlage zu erzielen. Wir danken allen Partnern für die Realisierung, vor allem den Firmen Amt, Frecon und SmartOne.